Heute vor 100 Jahren begann die sogenannte Oktoberrevolution in Petrograd. Eben das paradigmatische Ereignis, was immer noch bei der russischen Revolution fasst, auch wenn man da eben immer noch Nachsätze dazu bildet, dass es ja vorher schon eine Februarrevolution gegeben hat oder eben auch bei der Revolution von 1905. Wir haben in den ersten beiden Vorträgen für die Leute, die vielleicht nicht dabei waren, einmal einen Vortrag von Gerd Köln zur russischen Revolution in der Nacht und von Frau Nicola Spakowski zur chinesischen Revolution. Beide haben quasi unseren Ringvorlesungstitel ihrerseits interpretiert und haben ganz andere Bögen geschlagen, als auch wir das dann erwartet haben und haben uns damit positiv überrascht. Herr Köln ist mit seinem Revolutionsvortrag quasi zurück in die Neuzeit gegangen und hat sich erstmal mit der Geschichte der Revolution nochmal gegenwärtig befordert. Und wenn man Ende erst ab der russischen Revolution zu sprechen bekommen ist. Frau Spakowski hat ihrerseits zu China nicht die Kulturrevolution betrachtet, sondern sehr dezidiert gesagt, dass sie diesen Teil der Entwicklung in China erstmal außen vor lässt, weil der eben immer sehr stark das Bild der chinesischen Revolution nominiert und sich stattdessen angeschaut, wie im frühen 20. Jahrhundert der Marxismus in China angefangen wurde zu rezipieren und sich dann eher angeschaut, wie das erste revolutionäre Experiment unter Mao die sogenannte Jahrenperiode zwischen den 30er und Anfang der 40er Jahre gestartet hat, das sehr erfolgreich war und da es eben im chinesischen Bürgerkrieg in einer Provinz im Zentrum Chinas ein Projekt entwickeln konnte, was sehr viele Bauern sehr attraktiv haben und dort neue Perspektiven erhalten haben, wo dann eben die chinesischen Revolutionäre das dann halt versucht haben, auch das gesamte Land zu übertragen, das eben eine sehr andere Kontextualisierung, andere Interpretationen zuließ, als wenn man sich eben sehr stark auf die Kulturrevolution konzentriert, die eben sehr viel präsenter ist hier in der öffentlichen Wahrnehmung. Böhm werden heute offensichtlich auch geschlagen, von Lateinamerika nach Afrika. Da kann man dann immer nochmal auch wieder darauf hinweisen, naja, man fängt immer so gerne mit der chinesischen Revolution an, beziehungsweise die Oktoberrevolution an 2017, wenn man heute nach Mexiko schaut, für die Leute, die in Deutschland ein mehrerer Experten sind, das ist natürlich Eulen, die man nach Athen trägt, aber im Endeffekt ist auch die Mexikoans-Revolution zwischen 1903 und 1920 glaube ich nicht so sehr im bundesrepublikanischen öffentlichen Bewusstsein verantwortlich, dass man auch hier sagen kann, das ist eben ein relatives Zeitalter auf jeden Fall von Russland und es lohnt sich eben auch der genäheren Betrachtung bis in die 60er, 70er, 80er hinein, nachher mit den verschiedenen sozialistischen Projekten in Mexiko, in Kuba und anderswo, die eben dann offensichtlich auch nach Afrika weitergetragen wurden, beziehungsweise hier Verwindungen hergestellt hat. Was ich Ihnen da sage, ist eigentlich, vielleicht kein Popat, aber ein Unnötig, weil Christine Hatzky uns heute hier sehr viel mehr dazu berichten wird können als Expertin. Sie ist Professorin der Neuen Geschichte und hat an der Leibniz-Universität Hannover eine Professur für Lateinamerika und Parisische Geschichte inne und ist gleichzeitig auch Sprecherin des an der Leibniz-Universität ansässigen Center for Atlantic and Global Studies. Die Verbindungen aus Lateinamerika sind auch nicht nur forschungstechnisch, sondern sie ist auch institutionell verankert, als Co-Direktorin des Kala Center for Advanced Latin American Studies in Guadalajara, Mexiko tätig ist und sich in diesem Zusammenhang eben auch die Krisen- und Bösenstrategien für den Verein im Plan stehen, wie sie beschäftigt. Ihr aktuelles Forschungsthema und fast Gewaltphänomene und auch Bösenstrategien in den Bürgerkriegen Mittelamerikas im Kalten Krieg, so dass, wenn auch quasi nicht der Bürgerkrieg uns erstmal titeltechnisch im Zentrum steht, sondern der große Begriff Resolution hier sicherlich auch einige Bögen möglich sind. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind, vor allem an einem langen transatlantischen Flug am Sonntag und wir sind sehr gespannt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einwahl und für die gemeinsame Einführung. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen jetzt auch erstellen, nachdem meine Vorrednerinnen schon so ungewöhnliche Dinge zu Taten gebracht haben. Also ich weiß, es sitzt mindestens ein Mensch hier im Publikum, der ich nicht überraschen kann, aber vielleicht die andere. Ich werde nicht so sehr auf die Gegenproduktion gehen, mir geht es vor allen Dingen erstmal darum, die mexikanische Produktion intensiver vorzustellen. Bei der kubatischen bin ich ein bisschen kürzer, weil das kann man irgendwie prominent und permanent irgendwie nachlesen. Ich beginne mit einem Zitat aus der Feder eines jungen Kubatis. In diesem Ambiente von Agitation und traditionärer Erfahrungen einzigartig in Amerika fühle ich mich wie in einer Universität der Völker, wie in einem riesigen soziologischen Laboratorium und lerne für die Arbeiter und Bauern Prübers. Man muss die Kämpfe und Entbehrungen aller revolutionären Brüder studieren und sie lieben, um an Erfahrung zu gewinnen. Anders als Sie jetzt vielleicht denken mögen, stammt das Zitat nicht aus dem Kontext der kubanischen Revolution, sondern diese euphorischen Sätze schrieb der Kubaner Julio Antonio Meier vielmehr schon im Frühjahr 1926 in einem Brief aus dem mexikanischen Exil an seine Mitstreiter, Gewerkschafter, Studenten und Kommunisten in Havanna. Das riesige soziologische Laboratorium, das er beschreibt, ist Mexiko, das sich noch mitten in der Revolution befindet. Die Historiografie hat für den Prozess der mexikanischen Revolution den Zeitraum 1910 bis 1940 angesetzt. Meier erzählte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 23 Jahre und war der damals bekannteste kubanische Studentenführer, tabellisches Symbol des kubanischen Antiimperialismus und Mitbegründer der kommunistischen Partei Kubas. Der Protagonist Meier steht hier sinnbildlich für die globale Verknüpfung von Weltregionen und Revolutionen, Mexiko, Kuba und Afrika bzw. Angola und das möchte ich heute vorstellen, was ich eben unter revolutionär und global verstehe. Da es sich um unterschiedliche Weltregionen bzw. Chronologien im 20. Jahrhundert handelt, gliedert sich mein Vortrag in zwei Teile. Also erst geht es um die mexikanische Revolution, dann versuche ich Ihnen klarzumachen, wo die Verbindungen zu Kuba sind und mache noch einen kleinen kurzen Ausblick nach Angola. Das war das Thema meiner Habilitation als Kubaner in Angola und dann gibt es noch ein kleines Schlaglichter drauf, wie Revolutionsexport nach Afrika betrieben wurde. Gut, die mexikanische Revolution. Noch einmal zurück zu unserem Protagonisten Julio Meier. Wenige Tage bevor er diesen Brief an seine Genossen und Mitstreiter schrieb, hatte er durch die mediale Inszenierung eines spektakulären Hungerstreiks kontinentale Berühmtheit erlangt und seine Freileistlassung aus einem Gefängnis in Havanna erwirkt. Der damalige Präsident Kubas, Gerardo Machado, versuchte die radikale nationalistische und kommunistische Oppositionsbewegung mundtot zu machen und mit Meier ihren bedeutendsten Exponenten von der Bühne der nationalen Politik zu verwandeln. Preis für Meiers Freilassung war das Exil. Der Präsident des revolutionären Mexiko, Lutaco Elias Cayes, war bereit, Meier politisches Asyl zu gewähren und die revolutionäre Künstlerbewerbschaft Mexikos, die von Avogat-Künstlern, Bandmalern und Mitgliedern der kommunistischen Partei Mexikos angeführt wurde, nahm den jungen kubanischen Genossen mit offenen Armen in ihren Reihen auf. So, jetzt habe ich Ihnen aus Costa Rica ein Plakat aus der Universität mitgebracht, da gibt es nämlich auch einen Vortragszyklus zur Revolution, ich habe mir erlaubt, das Plakat zu entfernen und fand das sehr schön, weil es ja hier tatsächlich in diesen Breiten eigentlich immer nur um die russische Revolution geht und dieses Gerippe ist, ja, das berühmteste Gerippe Mexikos, das ist die Katrina, das ist eigentlich eine Karikatur aus dem Jahre 1910, das ist der Ursprung und sie ist weiter ausgeschmückt und ausgestaltet worden. José Guadalupe Posada ist berühmt geworden mit seinen Karikaturen, der kleinen, der Gerippe, die sich in allen möglichen Lebenslagen befinden, dann die berühmteste ist eben die Katrina, eine Verweilbarung des mexikanischen Bürgertums, eine Kritik auf die Zustände des vorrevolutionären Mexikos. Und das fand ich jetzt hier besonders schön, dass Katrina also den lehnlichen Kopf irgendwie ganz stolz in der Hand hält. Ich gehe auch gleich darauf ein, Sie werden verstehen, warum man in Lateinamerika das selbstbewusst so interpretieren kann. Mexiko hatte sich 1917 eine für Lateinamerika, ja sogar weltweit einzigartige Verfassung gegeben. Einzigartig insbesondere hinsichtlich des Aufbaus eines nationalen Bildungssystems, einer fortschrittlichen Arbeitsgesetzgebung mit 8-Stunden-Tag, Mutterschutzgesetz und vielem mehr, sowie der Betonung der sozialen Funktion des Eigensohens, Nationalisierung von Bodenschätzen, von Land und der Gewässer. Die Verfassung hatte trotzdem einen liberalen Hintergrund und ein kapitalistischer Entwicklungsweg wurde auch im revolutionären Mexiko nie grundsätzlich in Frage gestellt. Trotzdem verteufelte die US-Regierung das, was in ihrem südlichen Nachbarland geschah, als bolschewistisch, subversiv und kriminell. Aber die Mehrheit der Lateinamerikaner fühlte sich wie Meier von dieser Revolution beflügelt. Man sympathisierte mit der mexikanischen Bevölkerung, den Unterschichten, Bauern und Arbeitern. Die Revolution weckte auf dem ganzen Kontinent den Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung und der Durchsetzung lateinamerikanischer Interessen gegenüber der imperialistischen Hegemonialmacht USA, die gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen war und in den 1920er Jahren auf dem Kontinent noch mehr Einfluss zu nehmen versuchte, wovon besonders Mexiko, Karibik und Zentralamerika betroffen waren. Zum Hintergrund der Revolution, das fast 30 Jahre werdende Regime von General Porfirio Dias hatte die Voraussetzungen geschaffen, die in die Revolution des Jahres 1910 mündeten. Eine Ausdehnung und Stärkung des Nationalstaats, ein Hergib mit einer politischen und administrativen Zentralisierung, einem schleunigenden Aufbau der Infrastruktur. Das alles ging aber auf Kosten traditioneller, lokaler und regionaler Selbstverwaltung und war langfristig ein enormes gesellschaftliches Konfliktpotenzial. Die Modernisierung, Kommerzialisierung und Ortexportorientierung der landwirtschaftlichen Produktion, die Porfirio Dias vorangetrieben hatte, rief eine provozierte eine Agrarkrise. Und hier sehen wir nochmal, ich habe eine Karte mitgebracht, die Eisenbandidien um 1910, also das geht alles auf die letzten 30 Jahre unter der Herrschaft Porfirio Dias zurück, dass man also diesen Raum, diesen riesigen Raum Mexikos infrastrukturell erschlossen hat. Einfach nur so, um die Größenverhältnisse Ihnen klar zu machen, die Bundesrepublik geht etwa 5,5 Mal Pasti in Mexiko rein, das ist das Größenverhältnis. Zu diesen Krisen, die die Modernisierung des Regimes hervorrief, kam die zunehmende ökonomische Abhängigkeit von ausländischen Investitionen in Bergbau, Erdölförderung, Bankenwesen und Leichtindustrie, und zwar vor allem vom britischen Kapital, französischen und dann zunehmend auch von den USA. Letztendlicher politischer Auslöser für die Revolution war aber die innenpolitische Kritik am autokratischen System Dias anlässlich der Präsidentschaftswahl des Jahres 1910 und die von Oppositionellen des bürgerlichen Lagers aufgestellte Forderung nach freien Wahlen und keiner Wiederwahl von Präsident Dias. Es ist ein Mural in Mexiko-Stadt von Juan O'Gorman, der Leitspruch der Revolution war also positives Wahlrecht und keine Wiederwahl für Dias. So, ich mache hier nochmal einen Cut, weil ich kann, diese Revolution ist so komplex, wenn ich die in allen Details erzählen würde. Ich hoffe, sie können meinen Zeitmacher folgen. Während das Jahrzehnt ab 1910 bis 1920 durch gewaltsame kriegerische Auseinandersetzungen geprägt war, die über eine Million Menschen das Leben kostete, stand in den 1920er Jahren der Wiederaufbau der völlig zerstörten Ökonomie und Infrastruktur sowie die politische und gesellschaftliche Stabilisierung Mexikos im Vordergrund. Hauptexponenten dieser Stabilisierungspolitik waren die Präsidenten Alvaro Obregón und Lutaro Elias Cayes. Ich habe oben noch ein paar Revolutionshelden mit aufgenommen. Francisco Villa, Emiliano Zapata und die Alamitas. Zapata ist 1919, das war der wichtigste Anführer der bäuerlichen Revolution im mexikanischen Süden, der ist 1919 ermordet worden. Pancho Villa 1923 und die Adelitas sind eigentlich so ähnlich wie die Katrina auch zum Mythos geworden. Es sind die Soldaderas, also die weiblichen Revolutionskämpferinnen, die es in großer Anzahl gegeben haben muss, und zwar nicht nur im Tross als Köchin, sondern tatsächlich auch bewaffnet kämpfen. Und die ganzen werden ab den 20er Jahren, man sieht es ja einfach auch schon am Erscheinungsbild, durch Politiker abgelöst, die versuchen, diese ganzen Revolutionswirren irgendwie zu kanalisieren. Genau, also die beiden, Obregón und Cayes, gehörten der Dynastie von Adelationsgenerellen aus dem nördlichen Bundesstaat Sonora an. Nehmen wir nochmal eben, hopps, Sonora ist dieser Staat, also der an die USA grenzt, das war die Belachbarkeit, das war Kalifornien. Aber auch diese Bemühungen waren mit großen Schwierigkeiten verbunden, also diese Bemühungen, das Land zu befrieden, denn die reale Macht des Staates war auch durch die ganzen 20er Jahre hindurch prekär und die Periode des Übergangs war durch politische Gewalt, Widerstand und wiederholte militäre Regionen gekennzeichnet. Der neue Staat konnte sich erst in einem langwierigen, komplizierten Prozess durchsetzen, in dem antagonistische soziale Interessensgruppen eingebunden und ausgesöhnt werden mussten. Die staatliche Autorität war darüber hinaus durch die Macht der Revolutions-Kaudillos und den großen Einfluss der katholischen Kirche bedroht. Die oftmals flakative, antiimperialistische Rhetorik der Revolutionsregierung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen im Laufe der 20er Jahre zunahm und das Überleben Mexikos unter anderem vom politischen Willen der USA abhiel. Die Betonung nationaler Souveränität und die Nationalisierungsbestrebung der 1920er Jahre, die sich unter anderem gegen das Eigentum von US-amerikanischen Erdölgesellschaften richteten, führten mehrfach zu ernsthaften Unstimmigkeiten mit der US-Regierung. So erlangte Mexiko die diplomatische Anerkennung durch die USA erst nach weitgehendem Zugeständnis, insbesondere hinsichtlich der Entschädigung revolutionsbedingter Enteignungen und des Verfassungsartikels 27, der die Neuordnung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes regelte und ebenso die unveräußerlichen Eigentumsrechte der Nation an ihren Boden schätzten. Mexiko blieb ein rohstoffexportierendes Land und der nationale Wiederaufbau hing stark, also hing weiterhin stark von ausländischen Investitionen ab. Der Großgrundbesitz blieb trotz der in der Verfassung festgeschriebenen Agrarreform zunächst vorherrschend. Erst während der Amtszeit von Lázaro Cárdenas, das ist der Herr ganz rechts, wurde Land im großen Stil verteilt. Und Cárdenas war auch der Präsident, der 1938 die ausländischen Erdölkonzerne, das waren vor allem britische und US-amerikanische, enteignet hat und die Erdölförderung nationalisiert hat. Das Ganze hat in großem Züge bis heute Bestand, auch wenn der Konzern gerade teilprivatisiert wird, in Häppchen privatisiert ist, weil er komplett veraltet ist. So, aber trotzdem hatte die Revolution ab kurzfristig tiefgreifende soziale Transformationen hervorgerufen, die Legitimität der Großgrundbesitzer war zerstört, die Selbstverständlichkeit, mit der sie ganze Region beherrscht hatten, verschwand. Viele dieser Veränderungen waren jedoch weder geplant, noch verlieben sie gewaltlos. Sie waren vielmehr das Ergebnis von Konflikten und Widersprüchen, die ich Ihnen jetzt alle erspart habe, um Sie nicht zu verwirken. In zwei Bereichen gab es allerdings ganz gewusste, von der neuen Elite konsequent durchgeführte Veränderungen. Der Antiklerikalismus, die radikale Bekämpfung der katholischen Kirche und der Aufbau eines landesweiten staatlichen Erziehungswesens. Ein paar Bemerkungen zur Bewertung dieser Revolution. Sie wurde im Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts ganz unterschiedlich interpretiert und die Bewertung ihrer historischen Bedeutung mehrfach revidiert. In frühen Interpretationen wurde der revolutionäre Charakter, der unter Beteiligung der bäuerlichen Bevölkerung zu einem spürbaren Bruch mit dem vorangegangenen System geführt hatte, nicht angezweifelt. Die Legitimität des Staates als Erbe der Revolution blieb weitgehend unangetastet. Erst in den 1970er und 1980er Jahren wurde diese Sichtweise infrage gestellt. Und zwar unter dem Eindruck der Repression des mexikanischen Staates gegenüber der identischen Protestbewegung der 1960er Jahre. Historiker und Politiker versuchten jetzt, die Revolution auf eine große Rebellion zu reduzieren, geprägt durch eine Abfolge von chaotischen Ereignissen, karrieristischen Episoden, angeführt von unzufriedenen Mittelschichten, angeführt von unzufriedenen Mittelschichten. In jüngerer Zeit kam es dann wieder zu einer deutlichen Distanzierung von dieser geschichtsrevisionistischen Tendenz. Die meisten Darstellungen bewerten sie als eine authentische soziale Revolution, die unter breiter Beteiligung insbesondere von dort bäuerlichen Schichten stattgefunden hatte und die Fundamente des alten Staates nachhaltig erschüttert hatte. Die Kontinuitäten mit dem Dias-Regime, etwa die Weiterentwicklung der kapitalistischen Ökonomie oder den Aufbau eines modernen Staatswesens, wurden dabei dennoch nicht geläugelt. Neuere Untersuchungen heben vor allem die informellen Auswirkungen der Revolution, ihre lokale und regionale Heteromanität und die vielfältigen soziopolitischen und kulturellen Phänomene stärker hervor. Auch der 100. Jahrestag bot seit 2010 Anlass zu zahlreichen Neuinterpretationen. Daraus geht hervor, dass die Deutung der Revolution im Hinblick auf die Herausbildung der modernen Staatsnation Mexiko heute überwiegend positiv ausfällt. Und zwar auch unter der konservativen Regierung. Das Jubiläum, also als das Jubiläum war die Revolutionspartei nicht an der Macht, sondern die konservative Regierung. Aber auch da war die Deutung mehr oder weniger positiv. Die Revolution gilt als wichtigster Katalysator für die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Mexikos im 20. Jahrhundert, mit der durch die Ideologie der Mestizara, also der Bevölkerungsmischung, die Integration breiter Bevölkerungsschichten in ein neues nationales Projekt durchgesetzt worden sei. Also auch diese Sichtweise wird natürlich, der wird widersprochen, aber das ist so die nationale Lesart. Ich komme jetzt zu den Transfers und Verpflichtungen dieser Revolution. Und das ist dann auch schon die Überleitung hin zum zweiten Teil. Sehr zum Missfallen ihres nördlichen Nachbarn, also noch ein Missfallen, nahmen die revolutionären mexikanischen Regierung zu Beginn der 1920er Jahre, und jetzt kommt die Sowjetunion ins Spiel, Beziehungen zur jungen Sowjetunion auf. Außerdem wurde Mexiko zu einer Art Sammeldecken für die lateinamerikanische und nordamerikanische Linke. Oh, ich habe ihn hell und unterschlagen. So, das hat Diego Rivera hier auch in einem berühmten Wandbild festgehalten. Also nordamerikanische Linke heißt es, dass auch viele Kriegsdienstverweigerer 1917 nach Mexiko geflohen sind und viele sich auch künstlerisch, politisch, kulturell wie auch immer hervorgetan haben. Viele Mexikaner legten außerdem offene Sympathien für die russische Revolution und konnten dies in Mexiko offen artikulieren. Progressive intellektuelle, antiimperialistische Besinnung, Sozialisten und Kommunisten, die oftmals mit den zahlreichen politischen Exzellenten, die Mexiko jetzt aufnahm, die eben Julio Meier auch, kooperierten. Und diese hatten sogar Eingang, teilweise Eingang in Regierungskreise. Die Kunde der Oktoberrevolution war ausschlaggebend für die Gründung der kommunistischen Partei Mexikos 1919. Der Partido Comunista Mexicano, in dem sich besonders die Wandmaler engagierten, also Diego Rivera und David Alfaro Siqueiros, die beiden waren mit Teilen der neuen Machtelite zeitweise recht eng verbogen. Das gilt vor allen Dingen für Letzteren, von denen dieses Moral eben stand. In Mexiko entstanden beispielsweise, ich nehme jetzt nur ein Beispiel heraus, beispielsweise Ende 1926 in den Kreisen um die Kommunistische Partei und ihrer Frontorganisation der antiimperialistischen Liga die ersten Solidaritätszirkel zur Unterstützung des liberalen nicaraguanischen Bürgerkriegsgenerals César Augusto Sandino, dessen Guerillakampf gegen die US-Intervention in Nicaragua weltweit großes Aufsehen erregte. Sein kleines, verrücktes Guerilla-Heer kämpfte für ein souveränes Nicaragua, das die US-Truppen seit 1912 de facto in ein Protektorat verwandelt hatten. Ich zeige Ihnen hier mal die Karte Nicaraguas. Der Hintergrund für diesen Guerillakampf nur in drei Punkten kurz zusammengefasst, das war die Idee des Baus eines zweiten Kanals durch Nicaragua, der möglicherweise heutzutage unter den Sardinisten oder Post-Sardinisten gebaut wird. Das ist auch ein Treffensitz der Weltgeschichte. Es war ein Bürgerkrieg zwischen Liberalen und Konservativen. Liberale und Konservative gibt es überall in Lateinamerika, also dieses Zwei-Karteien-System. Die US-Marines intervenierten in diesem Bürgerkrieg zur Unterstützung der Konservativen und Mexikos Regierung unterstützte die Liberalen mit Waffen und die Linke in Mexiko unterstützte den linken Liberalen Sandino. Und ich möchte hieran ein paar Charakteristika lateinamerikanischer Revolutionen kontrollieren, die dann eben auch direkt in den Teil 2 des Vortrags. Dass der bewaffnete Kampf Sandinos gegen die US-Besatzung Sympathien bis weit in bürgerlich-liberale Kreise hinein hervorruf, ist nicht verwunderlich. Denn die Tradition der bewaffneten Aufstandsgewalt gegen ungerechte Behandlung geht in Lateinamerika auf die Unabhängigkeitsrevolution des frühen 19. Jahrhunderts zurück. Und wenn man will, dann auch sogar noch weiter. Die Freiheit von der 300-jährigen Umklammerung durch die spanische Monarchie wurde fast überall in bewaffneten Kämpfen errungen. Das wichtigste Symbol ist bis heute Simon Bolívar, der bedeutendste General der Unabhängigkeit Lateinamerikas. Und diese bewaffnete Tradition wurde zum Beispiel auch in der mexikanischen Revolution fortgeführt. Was den Kampf des Guerilla-Heers Sandinos angeht, so waren auch viele mexikanische und lateinamerikanische Intellektuelle davon überzeugt, dass die Gewalt des Imperialismus nur mit bewaffneter Gegengewalt beantwortet werden könne. Der bereits mehrfach erwähnte Kubaner Meier war Mitbegründer des Solidaritätskomitees für Sandino, Manos Fuera de Nicaragua, also Hände weg von Nicaragua. Und er entschloss sich, inspiriert durch den Guerilla-Krieg Sandinos, 1928 auch in Kuba eine bewaffnete Front aufzubauen, um Kuba von der Manchano-Diktatur, also dem Diktator, den er ins Exil geschickt hat, und von der imperialistischen Hegemonie zu befreien. So, jetzt komme ich damit auch zum zweiten Teil. Man sieht es, wie es ist, 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 quasi in der Dynastie kubanischer Revolutionäre. Das Unternehmen der bewaffneten Expedition von Mexiko nach Kuba wurde durch die Ermordung Meiers im Januar 1929 vereint. Wurde aber 1956 von Fidel Castro, Ernesto Che Guevara und 80 Exilkubanern realisiert. Ob es hier eine direkte Bezugnahme auf die von Meier geplante Expedition gab, ist nicht geklärt. Was allerdings klar ist, dass der politische Protagonist Meier nach der Revolution von 1959 nicht nur eine Brücke zwischen den alten Revolutionären der 1920er Jahre und den neuen der 1950er Jahre herstellen sollte, sondern auch die erfundene Kontinuität der kommunistischen Partei als revolutionäres Element. Das sieht man hier auf diesem Plakat ganz deutlich. Dazu nur ganz kurz, weil ich hier von erfundener Kontinuität spreche. Meier hat eine offizielle Biografie und in dieser offiziellen Lesart wurde immer verschwiegen, dass er wegen Insubordination vier Monate, nachdem er die Partei 1925 gegründet hatte, wieder ausgeschlossen worden war. Und dass er insgesamt, also auch als er im mexikanischen Exil war, bis zu seiner Ermordung ein sehr unbequemes Mitglied dieser Partei war. Und nicht zuletzt stand die Kommunistische Partei Kubas der revolutionären Bewegung Kastros sehr skeptisch gegenüber und unterstützte den Guerilla-Kampf zunächst nicht. Die Kommunistische Partei wurde erst nach 1959 in die Revolution eingegliedert und erst 1965 zur Einheits- und Staatspartei unter dem Vorsitz von Widel Castro. Die Ursachen der Revolution reichen weit in die Geschichte Kubas zurück. Unmittelbarer Auslöser war jedoch der Putsch von Renzo Batistas im Jahre 1952. Das Schreckgespenst der Batista-Diktatur, das bis heute präsent ist, entwickelte sich aber erst, als Batista mit dem Putsch die Verfassung wieder abschaffte und eine Diktatur errichtete. Die wirtschaftliche Stagnation der Nachkriegsära, aber auch Korruption, Gewalt und Staatsterror ebten Castro und seiner politisch-militärischen Bewegung den Weg. Mit seiner berühmt gewordenen Rede, die Geschichte wird mich freisprechen, mit der er sich anlässlich des gescheiterten Anschlags auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 verteidigte, wurde der junge Anwalt zur Symbolfigur für die Erneuerung der Nation. Das darin angekündigte Reformprogramm bezog sich im Wesentlichen auf die 1940er-Verfassung, die unter der ersten demokratischen Regierung Batistas verabschiedet worden war und die sich, und das ist nicht verwunderlich, an den Standards der mexikanischen Verfassung orientiert. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis 1956 musste Castro ebenfalls wie Mayor nach Mexiko ins Exil und bereitete dort die weiteren Schritte für einen bewaffneten Umsatz vor. Ende November 1956 starteten 82 Mann in der Jagd Granma von Tuxpan an der mexikanischen Golfküste, unter ihnen der Argentinier Ernesto Guevara und Fidel Zümmerer Bruder Raul und landeten drei Tage später im Osten Kuvas. Der bewaffnete Kampf, der von den Überlebenden dieser Expedition in der Sierra Maestra begann, wurde im Verlauf von immer mehr Kubanern unterstützt. Es bildeten sich städtische Widerstandsgruppen von Arbeitern und Studenten, aber auch starken bürgerlichen und nationalistischen Strömungen. Nur die kommunistische Partei stand unter anderem auch aufgrund der Vorgaben aus Moskau dem bewaffneten Kampf skeptisch gegenüber. Die Revolution, die am 1. Januar 1959 schließlich die Herrschaft Batistas beendete, wurde weder durch eine Partei noch sonst eine nennenswerte Organisation getragen. Dadurch, dass sie in keinen Bürgerkrieg mündete, Infrastruktur und Ökonomie weitgehend unzerstört blieben, hatte die neue Führung viel zu verteilen. Mieten, Strompreise und Telefonbühren wurden gesenkt und die Löhne teilweise erhöht. Eine Art Radreform, die in verschiedenen Etappen im Laufe der 1960er Jahre durchgeführt wurde, beschnitt Latifunien und brachliegendes Land wurde nationalisiert oder an Kleinbauern verteilt. Dies rief eine enorme populäre Begeisterung hervor. Es zeichnete sich aber bald ein Konflikt mit all denjenigen ab, deren Privilegien dadurch geschnitten wurden. Ups, Mancoba, mit Lage in der Region. Und das ist Havanna 1959. Zentrale Aufgabe in diesem ersten Jahrzehnt der Revolution war der Aufbau einer Massenbasis und die gleichzeitige Institutionalisierung der Revolution. Die revolutionäre Führung versuchte von Anfang an, dem Sozialismus eine kubanische Prägung zu geben, visionärer Führungsstil, die Massenmobilisierung, wie wir es hier auf dem Foto sehen, und der Glaube an eine revolutionäre Bestimmung, eine Avantgarde Rolle des kubanischen Folgen. Entscheidend hierfür war die Schaffung des neuen Menschen, die besonders Ernesto Guevara verfolgt. Die wichtigsten Errungenschaften dieser Jahre sind auf kulturellen und sozialen Rahmen zu verzeichnen. Eine Alphabetisierungskampagne, die 1961 den Analphabetismus beseitigte und der Aufbau eines umfassenden Bildungssystems im Verlauf der 60er und der 1970er Jahre. Ähnlich anhaltend waren die Erfolge im medizinischen Bereich, also durch den Aufbau eines umfassenden Gesundheitswesens. Und dieses soziokulturelle Programm, das in seiner Umsetzung auf die Bedürfnisse von postkolonialen Gesellschaften abgestimmt war, machte Kuba dann letztendlich so attraktiv für den Revolutionsexport. Die sozialistischen Experimente auf ökonomischer Ebene liefen dagegen nicht erfolgreich. Die Strategie der nachholenden Entwicklung durch die Industrialisierung und eine Diversifizierung der Landwirtschaft scheiterte und verursachte letztendlich Probleme, die bis heute ungelöst sind. Aber die Revolution beinhaltete nicht nur das Experiment einer radikalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation. Es war auch ein Versuch innerhalb der international polarisierten Konstellation des Kalten Kriegs. Mit der Invasion in der Schweinebucht und der Raketenkrise wurde der Kalte Krieg in Lateinamerika zum heißen Krieg. Also innerhalb dieser Konstellation, und Kuba war im Kreuzfeuer, versuchten die kubanischen Revolutionäre eine souveräne Außenpolitik mit eigenen Interessen und Zielsetzungen zu verfolgen. Die Internationalisierung der Revolution oder eben den Revolutionsexport. Die Insel entwickelte sich zwischen 1960 und 1980 zu einem globalen Akteur, dessen internationale Politik Dimensionen annahm, die für kleine Länder absolut außergewöhnlich sind. Von Anfang an waren diesen außenpolitischen Ambitionen aber aufgrund der politischen Politik der US-Regierung sehr enge Grenzen gesetzt. Mit dem Ausschluss Kuba aus der Organisation amerikanischer Staaten 1962 und dem darauffolgenden Abbruch der diplomatischen und Handelsbeziehungen fast aller lateinamerikanischen Regierungen außer Mexiko, war der unmittelbare Aktionsraum der lateinamerikanischen Kontinent für den Revolutionsexport blockiert. Aber da sich Ideen und Gedanken bekanntermaßen nicht blockieren und kontrollieren lassen, inspirierte das revolutionäre Beispiel in den nächsten Jahrzehnten trotzdem zahlreiche soziale, revolutionäre und nationalistische Bewegungen in Lateinamerika, und zwar in fast allen Ländern des Kontinents, und wir wissen ja auch darüber hinaus. Ungeachtet der politischen und diplomatischen Blockade durch die USA unterstützte die kubanische Regierung stets Gewährbewegungen, Revolutionen und progressive Regierungen. Durch das schon 1960 erlassene und trotz Lockerung in den Jahren 2015-16 weiter bestehende Handelsembargo wurde Kuba faktisch in die Arme der Sowjetunion getrieben. Die Revolutionsregierung beschleunigte den Ausbau ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetunion und den Ostblockstaaten, bewahrte sich aber auch hier in der Außenpolitik trotzdem Eigenständigkeit und Betrieb Revolutionsexport. kubanische Außenpolitik war die Strategie des Internationalismus und der internationalen Solidarität. Im Grunde eine Erfindung von Guevara und Castro, die sich aber aus allen revolutionären Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts zusammensetzte. Dazu gehörten auch die erwähnten bewaffneten Aufstandstraditionen in Lateinamerika. Entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des kubanischen Internationalismus hatten marxistische Theoretiker und Praktiker des 19. und 20. Jahrhunderts, etwa der von Marx und Engels 1848 im Manifest der Kommunistischen Partei propagierte proletarische Internationalismus. Noch entscheidender war aber Lenin's Gepernismustheorie. Mit der Gründung der Kommunistischen Internationale im Jahr 1919 sollte der Imperialismus weltweit überwunden, die Weltrevolution organisiert und die russische Revolution auf globaler Ebene weitergeführt werden. Nach Auffassung von Lenins engsten Vertrauten, dem Theoretiker und Revolutionär Leo Trotzki, hatte die Revolution nur dann eine langfristige Überlebenschance, wenn sie sich permanent weiterentwickeln würde und vor allem weltweit durchsetzen ließe. Dieses Konzept beeinflusste die kubanische Variante des Internationalismus nachhaltig. Daraus wurde die globale Zukunft Kubas abgeleitet, die eine Revolution des Tricont, also der drei Kontinente Asien, Afrika, Lateinamerika, gegen den reichen Norden anführen sollte. Internationalismus auf kubanisch bedeutete den Kampf des globalen Dorfs gegen die Metropolen. Wichtigster Vermittler von Marxismus und Antiimperialismus für Kuba war der bereits erwähnte Julio Mellia. Sein radikaler Nationalismus und Antiimperialismus und die von ihm schon 1925 geförderte Revolution gegen den Dollar basierte aber eben nicht nur auf europäischen oder russischen Theorien, sondern verbannt antiimperialistische und sozialdirektionäre Überzeugungen mit der bewaffneten Aufstandstradition der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsrevolution. Inspiriert hierfür waren die politischen und militärischen Anführer der lateinamerikanischen Unabhängigkeit, insbesondere Simon Boliva. Noch bedeutender war für die Kubaner aber der universalgelehrte lehrte und visionär der kubanischen Unabhängigkeit, ein, keine, 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 die da hat. José Martí. Martís Denken, also das ist auch ein Produktionsplatz in Havana, diese Martí-Wüste ist nun unter Martísta, also auch dieses schreckliche Moment, ist noch unter Martísta erwechene Form, ist aber heute einfach so ein derzentraler Sammelplatz, da werden auch immer die großen Ansprachen gehalten und Martí ist bis heute der wichtigste kubanische Nationalheld. Martís Denken vereinigt den Nationalismus mit der Vision einer das gesamte Lateinamerika umfassenden Nation und zwar in Abgrenzung zu den USA, in der er die größte Bedrohung für Lateinamerika sah. Durch sein Engagement mit Feder und Machete für die Unabhängigkeit Kubas wurde er zur Verkörperung des freien Kuba und zum Archetypen eines jeden kubanischen Revolutionärs. Intelligent, rhetorisch, brillant, über die nationalen Grenzen hinausdenkend und mit der Waffe in der Hand kämpfend. Die Revolutionäre von 1959 stellten sich ganz bewusst in diese Tradition und erhoben Martí deshalb endgültig zum nationalen Mythos. Ausgehend von Martís Denken, dem im Übrigen keine marxistische Gesellschaftsanalyse zugrunde lag, also es gibt in Havada ein Institut für marzianische Studien, ich glaube, die versuchen seit 60 Jahren die Verbindung zwischen Marti und dem Marxismus herzustellen und verargumentieren das immer wieder. Aber ausgehend von seinem Denken wurden alle Armen und Kolonisierten zu Subjekten der Revolution erklärt. Weitere Inspirationsquellen dieser Süd-Nord-Perspektive war die von Mao Zedong angeführte chinesische Revolution. Die großen soziokulturellen Experimente und die Betonung der führenden Rolle von Bauern in einem revolutionären Prozess lieferte ein Vorbild für die gesellschaftliche Umgestaltung in den Ländern des Trikont. Andere Grundprinzipien des Internationalismus und der internationalen Solidarität waren aus der Perspektive der Revolutionäre ohnehin in der politischen Kultur Kubas verankert. Der Antipendismus, das moralische Empfinden und die Frustration eines kleinen Landes, das sich gegen das mächtigste Land und das mächtigste und technisch am weitesten entwickelte Land der Erde erkämpfte. Anknüpfend daran erklärte Guevara 1962, dass die kubanische Revolution solidarisch mit allen unterdrückten Völkern der Welt sei. Jedes Land, das den Kampf gegen den E-Pernismus aufnehmen würde, erhielte Kubas Unterstützung. Seine Botschaft an die Völker der Welt vom April 1967 war ein Aufruf zum, ich zitiere, weltweiten Krieg gegen den Imperialismus. Zitat Ende. Und Zitat zur Schaffung eines weltweiten zweiten oder dritten Vietnam. Zitat Ende. So, jetzt kommt der Sprung über den Atlantik. Zum Abschluss. Die kubanische Revolution fand fast gleichzeitig mit der afrikanischen Antikolonialrevolution des Jahres 1960 statt, im Zuge derer fast der ganze Kontinent von der europäischen Kolonialherrschaft befreit wurde, insgesamt 18 Länder. Die kubanischen Revolutionären hofften, dass der junge afrikanische Nationalismus und Antikolonialismus offen sein würde für das Entwicklungsmodell eines Sozialismus kubanischer Prägung. Die ersten Kontakte wurden mit der Regierung des 1957 unter der Führung von Quamen Kuma unabhängig gewordenen Ghana geknüpft, sowie mit der algerischen Befreiungsfront Front de Libération Nationale. Letztere erhielt militärische Unterstützung für ihren Kampf gegen die französische Kolonialherrschaft und erfuhr von Kuba die erste zivile Hilfe durch ein Kontingent kubanischer Ärzte. Die kubanischen Revolutionäre sendeten damit auch ein starkes Signal an die Protestbewegungen Westeuropas, die den französischen Kolonialkrieg in Algerien verurteilt. Eine weitere Etappe im Ausbau der Beziehungen mit den unabhängigen Staaten Afrikas war der einjährige Aufenthalt Gewahrers in Kongo im Jahre 1965 zum Aufbau einer antinperialistischen Front. Das Unternehmen scheiterte kläglich, aber bei dieser Gelegenheit nahmen die Kubaner direkt Kontakt mit der marxistischen antikriminalen Unabhängigkeitsbewegung Movimento Popular de Liversação de Angola, MPLA, auf, die die Unabhängigkeit Angolas von der portugiesischen Kolonialmacht anstrebte. Diese Bekanntschaft, und es handelte sich wirklich nur um ein paar Personen, sollte ein Jahrzehnt später weitreichende Folgen für den kubanischen Internationalismus haben. Die weltpolitische Manifestation der internationalistischen Solidarität und der ganz praktische Aufbau der Beziehungen zu den Staaten des Trikont erfuhr mit der inkontinentalen Konferenz im Januar 1966 in Havanna einen ersten Höhepunkt. Auf der Konferenz waren 82 Vertreter von antikolonialen Bewegungen und Regierungen aus Ländern der drei Kontinente anwesend. Ziel der Konferenz war die Verbreitung der Revolution. Zu diesem Zweck gründete man die Organisation für die Solidarität der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mit Sitz in Havanna. Dem Beispiel der kubanischen Revolution folgen, sollten neue politische Perspektiven für die Länder den drei Kontinenten eröffnet und die Revolution auf diese, ich zitiere, Hauptausbeutungsgebiete des Imperialismus, mit dem Tatende ausgedeckt werden. Die geopolitischen Zentren, so der Plan, sollten Kuba, Algerien, Zentralafrika, Vietnam und Indonesien sein. Hauptstadt dieses revolutionären Plans war selbstverständlich Havanna. So, jetzt ganz zum Abschluss. Kubaner in Angola, also ab Mitte der 70er Jahre. Der mit Abstand quantitativ und qualitativ größte Einsatz Kubas unter internationalistischen Vorzeichen fand von 1975 bis 1991 in Angola statt. Dieses militärische, politische und zivile Engagement Kubas auf Seiten der MPLA im Unabhängigkeitskampf von Portugal im Jahre 75 beziehungsweise dann direkt die Unterstützung für die MPLA-Regierung und vor allen Dingen in ihrem Kampf gegen zwei rivalisierende, aber unterlegene Bewegungen und zwar ging dieser Krieg bis 91 und dann später auch noch, also bis 91 gibt es die Unterstützung der Kubaner, danach geht er noch weiter. Der wird zumindest, was die Etappe bis 91 angeht, immer noch als einer der größten sogenannten Stellvertreterkriege des Kalten Kriegs in Afrika bedeutet. Aber insbesondere durch die Reichweite, Vielschichtigkeit, Quantität und Qualität dieser kubanisch-angolanischen Beziehung würde ich eben vielmehr als ein Beispiel für eine transatlantische, lateinamerikanische, afrikanische Süd-Süd-Kooperation zwischen zwei ehemals kolonisierten Ländern charakterisieren. Und hier haben wir auch ein schönes Bild des ersten angolanischen Präsidenten beim Staatsbesuch in Havanna anlässlich der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags für die technische Zusammenarbeit. Insgesamt waren in Angola etwa 380.000 kubanische Soldaten und etwa 50.000 Zivilisten involviert und davon allein 10.000 im Bildungssektor, die beim Aufbau eines nationalen Erziehungswesens unterstützten. Das war das Thema meiner Habil, eben diese zivile Kooperation im Bildungsbereich der Kubaner in Angola. Einen ähnlichen Umfang und das war so umfassend, dass ich das eigentlich anfänglich erforschen wollte, dass ich dann gemerkt habe, dass es so umfassend war, dass ich das nicht mehr geschafft habe, das war der Gesundheitssektor. Ich nehme an, dass also auch so um die 10.000 Zivilisten im Gesundheitssektor tätig waren. Alle anderen waren in allen möglichen Bereichen, im Bausektor, in administrativen Bereichen, also eigentlich überall, wo man irgendwie Aufbau-Know-how, also für den Aufbau eines neuen Staatswesens braucht, waren die Kubaner im Einsatz. Das Prinzip, auf dem diese Süd-Süd-Kooperation basierte, war zwar internationalistische Solidarität, aber bereits unter geänderten Vorzeichen. Mitte der 1970er Jahre ging es nicht mehr nur um die Unterstützung revolutionärer Bewegungen. Das Beispiel Angola verdeutlicht, dass es hier um weit mehr ging, um eine umfassende Unterstützung des nationalen Aufbaus eines post-universalen Staates. Ob Länge, Umfang und Ausmaß der Kooperation von kubanischer Seite von Anfang an so geplant war, habe ich immer in Zweifel gezogen. Es waren letztendlich die Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die die MPLA-Regierung unter Präsident Leto formulierte, an die kubanische Regierung herantrug und von dieser erfüllt wurde. Und das zwar bis 1991. Was zumindest in den ersten Jahren klar war und die umfangreiche Unterstützung erklärt, sind die politischen Ziele der MPLA, einen sozialistischen Entwicklungsweg für Angola einzuschlagen, und zwar unabhängig von der Sowjetunion, weshalb Kuba hier ein idealer Partner war und aufgrund seiner internationalistischen Außenpolitik eben auch tatkräftig zum militärischen und zivilen Einsatz zur Verfügung stand und natürlich in der Lage war, seine Bevölkerung massiv zu mobilisieren. Nichtsdestotrotz erhielt auch Angola umfangreiche sowjetische Unterstützung, vor allen Dingen Waffenlieferung und abgesehen davon, wir wollen die Sowjetunion nicht ganz da rauslassen, war Kuba sowieso ab Beginn der 1970er Jahre fast komplett wirtschaftlich von den Subventionen der Sowjetunion abhängig und hatte sich innenpolitisch den Standards des realen Sozialismus angeglichen. Die Autonomie, die man sich unter der zunehmenden Dominanz des sowjetischen Gesellschaftsmodells vorbegielt, war aber eben, solche unabhängigen Projekte wie Angola mittels internationalistischer Solidarität zu unterstützen. Ähnliches, aber in geringerem Umfang leisterten Kubaner auch in Mosambik oder in Benin, in Zimbabwe und vielen weiteren afrikanischen Ländern. Nur der militärische Einsatz der Kubaner in Äthiopien hatte offenbar andere Charakteristika und wurde augenscheinlich weitaus mehr von der Sowjetunion gelenkt. In Lateinamerika leistete Kuba in dieser Zeit vor allem tatkräftige Unterstützung für die Revolution in Nicaragua ab 1979, also diejenigen, die sich dann auf den früher erwähnten Sandino beriefen und versuchten, einen dritten Weg Nicaraguas gegen den US-Empernismus einzuschlagen. So, ich glaube, ich bin sowieso schon viel zu lange gesprochen. Ich höre mal hier auf und wir können ja vielleicht noch das eine oder andere in der Fragerunde klären. Vielen Dank für Ihre Prüche. Vielen Dank.